moin ich möchte jetzt endlich bulgogi grillen und habe dafür den einsatz aus gusseisen für den weber grill und das werde ich jetzt ausprobieren das bulgogi habe ich ja schon in einem anderen video vorgestellt und jetzt soll es uns kriegen so der grilleinsatz ist drauf und jetzt wollen wir es mal ausprobieren wird schon dunkel und kalt egal das scheint zu funktionieren so dass wir sie dürfen die dinger da bloß nicht durchfallen aber scheint gut zu gehen so das geht richtig ratzfatz hier das ist schon fast angebrannt der nachteil scheint zu sein dass es so ein bisschen klebt ich dachte dass es besser geht aber wir werden zu überleben also das geht so schnell das dauert nur zwei bis drei minuten deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen gas geben gleich mal ein bisschen mehr drauf und dann verteile ich das gleich so bulgogi ist fast fertig das funktioniert wirklich ganz gut wie man sieht bilden sich kaum flammen da drunter also das fett scheint nicht übermäßig abzutropfen in die kohlen drei minuten und dann ist ja schon schön fertig jetzt wenn man das mit ein bisschen soße oder marinerade drauf tut dann lässt sich das auch eigentlich super wenden jetzt war nur der erste versuch also nur zu empfehlen zusammen natürlich mit dem von mir vorgestellten ein rezept guten appetit so 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 so